An der Börse schauen viele nur auf die ganz Großen. Dabei gibt es gerade im Mittelstand sehr spannende Unternehmen zu entdecken. Ich bin auf Zwischenstopp in Garching bei München und treffe mich mit René Kerkhoff, Fondsmanager bei der DJE Capital AG. Du bist Fondsmanager und wir wollen heute ein bisschen über den Mittelstand reden und darüber, dass der ja vielleicht gar nicht so uninteressant ist, wie viele denken. Lass uns mal umschauen. René Kerkhoff ist gerade mal 30 Jahre alt. Seit 2019 managt er seinen eigenen Mittelstandsfonds. Du als Fondsmanager, was verstehst du eigentlich unter Mittelstand? Für mich ist es eine Mentalitätsfrage und auch eine strategische Sichtweise des Unternehmens. Also viele Mittelständler denken wirklich über Jahre und über Dekaden und können auch so dann die Innovationskraft wirklich auf die Straße bringen. Und das hat man halt bei einigen großen Unternehmen und vor allem DAX-Konzernen nicht, wo eher quartalsweise gedacht wird. Und da hat man gar nicht die Zeiträume, um auch wirklich Innovation zu entfalten. Aber nenn uns doch mal ein paar Beispiele, Sektoren, Branchen, die aus deiner Sicht interessant sind. Also ich als Fondsmanager und auch ganz persönlich finde natürlich die Wachstumswerte sehr, sehr spannend für mich, weil das sind einfach die Unternehmen, die Innovation schaffen und auch sehr stark hochskalieren können. Und da haben wir Unternehmen aus verschiedenen Bereichen. Wir sind selbst in der ganzen IT-Software-Ecke sind für gut positioniert. Auch der Maschinenbau ist vielleicht nicht so alteingesessen, sondern auch da bringen wir Innovation hervor. Und natürlich der ganze Medizinsektor dürfen wir nicht vergessen. Impfstoff ist ein Riesenthema auch in Deutschland gewesen. Wir haben Bereiche wie Halbleiter, wie Cyber Security. Wir sind keine globalen Champions, aber in der Nische sind wir sehr gut positioniert. Jetzt bist du, du bist jetzt glaube ich 30, wenn ich mich nicht irre, bist Fondsmanager. Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen? Das ist ganz klar Leidenschaft. Also die erste Aktie habe ich glaube ich mit neun gekauft. Mit neun? Ja, natürlich hat mein Vater mir da geholfen. Aber für mich war es wirklich der Beruf, den ich auch später machen möchte. Und im Endeffekt ist es mein Hobby, ja. Sieht man auch in der Performance, oder? Ich kann mich nicht beklagen. Erfolgreiche Mittelständler gibt es auf der ganzen Welt. Bei seiner Suche nach den Hidden Champions konzentriert sich René Kerkhoff aber nur auf zwei bestimmte Regionen. Welche das sind, erfahren Sie in der zweiten Folge von Zwischenstopp Geldanlage. Waspnen Sie,Monster, Promotions zuтыken.